Wir sind alle die Hände da oben, die Hände, die Hände, die Hände, die Hände, Olaf, der Flipper! Wir sagen Dankeschön, den haben die vor Jahrzehnten hier bei uns in der Show mal gesungen zu ihrem 40-jährigen Jubiläum und plötzlich geht das Ding durch die Decke. Ich habe sowas auch zu Flippers Zeit noch nicht erlebt. Ja, hallo liebe Freunde, hier ist der Olaf, euer Flipper. Dieser Mann, der hat nie die Haftung zur Erde verloren. Und das ist nicht einfach. Das könnte auch mein Nachbar sein, mit dem ich irgendwie best friends bin und eine Nachbarschaftsfreundschaft führe. Natürlich war es für mich schmerzlich, als die Bellen sich getrennt haben. Ich dachte mit der Musik, das wird nichts mehr. Das hat auch keinen Spaß mehr gemacht. Ja, ich bin 77 Jahre jung oder alt und mache über 60 Jahre Musik. Oh mein Gott, mein Opa ist im Fernsehen. Jetzt muss ich gucken. Rotten Gold ist ja auch so ein bisschen mein Leben. Wir haben das ja für mein ganzes Leben lang gespielt. Auf meinem letzten Album, das zehnte Soloalbum, Dankeschön, ist glaube ich ein Lied drauf und zwar Du hast mir den Rock'n'Roll beigebracht. Also, Weltklasse Nummer, gell? Auf der Bühne ist alles ganz einfach. Da sind die Fans da, da geht es richtig ab, hier zur Sache. Aber so diese Autofahrt, wenn man so nach Norden fährt, so an die Nord- oder Ostsee, so 600 Kilometer. Das ist dann schon so anstrengend. Herzlich Willkommen hier in der Schleihalle in Stuttgart zur Schlagernacht des Tages. Wir kommen jetzt direkt aus Klagenfurt in so einem Festzelt Brauerei, haben die Oktoberfest gehabt, das war richtig Weltklasse. Wir sind jetzt über sieben Stunden gefahren, wir hatten einen riesen Stau dabei, war irgendein Unfall und wir sind schon Weltklasse empfangen worden hier und die haben alle schon Dankeschön gesagt, ich freue mich richtig hier in der Schleihalle auf den Abenteuer. Also wir haben ja jetzt gerade relativ viel, heute sind wir jetzt in Stuttgart. Stuttgart. Da fahren wir heute Nacht heim, morgen Mittag, würde ich mal so sagen 15 Uhr so rum, fahren wir nach Würzburg dann, da haben wir ja mit den Iels das Golf-Turnier. Hast du das Hotel schon, da wo wir sind? Ja. Dann fahren wir am Montag, sind wir da nochmal in Nürnberg und fliegen dann einen Tag später nochmal zum Closing nach Mallorca. Mallorca und dann ist fertig mal? Nee, dann ist nur der Oktober fertig. Dieses Jahr war, glaube ich, ein Jahr, das habe ich in meiner ganzen Laufbahn als Musiker noch nicht erlebt, auch in den besten Flipper-Zeiten nicht, mit natürlich Auftritten, Studioarbeit und so weiter, Fotosession und so weiter, ab März fast jeden Tag bis jetzt. Ich glaube, das hält ihn auch so jung. Was hält mich das jung? Ja, genau. Klar. Was wollen wir mit dir daheim? Ach so, ja, wird mir langweilig. Ja, ist klar. Oh, wer kommt denn da? Hallo. Na, alles gut? Kannst du alle Texte? Hallo, meine Engel. So, so, guck mal, Zorro. Zorro, mein Sohn. Oh Gott, wirst du immer größer oder echt kleiner. Ja, ich hoffe schon, aber. Wollen wir uns mal, dass der Opa rockt? Ja. Ich freue mich so für ihn, dass dieser Hype jetzt mit diesem Wir sagen Dankeschön nochmal gekommen ist, weil ich einfach finde, das ist, wie soll ich sagen, das ist, ja, nochmal sein Lebenswerk, was er immer gemacht hat, das wird jetzt honoriert, ja, und ich finde es einfach richtig toll für ihn. Und, ja, das ist mega. Jetzt gibt's Kaffee, schau ich, ja. Ich höre ganz andere Richtung, ich höre mehr Hardrock. Also, ich habe, also ich finde die Musik nicht schlecht, also ich könnte sie auch anhören, bloß ich höre hauptsächlich so Hardrock. Ich glaube, da war ich 16 oder 15, also das, was er macht, diese Musik, wie viele, sorry, Millionen von Menschen diese Musik, wenn man gerade Rock am Ring oder so sieht, weil ich ja früher gesagt habe, ich stehe mir auf Rock, ja, hallo, da haben 70.000 mitgesungen bei meinem Vater, wir sagen Dankeschön, also ich glaube, da muss man nicht mehr sagen, also das ist Wahnsinn und ich bin stolz drauf und er macht genau die Musik, die zu ihm passt und die die Menschen glücklich macht. Ich höre lieber so Popmusik, aber die Musik ist schon cool. Ich habe ja ein tolles Mädel neben mir, das ist die Pia und dann natürlich noch eine, das ist meine liebe Frau Sonja, die gucken natürlich, dass der Olaf das alles richtig macht. Ich muss sagen, ich bin richtig dankbar, dass ich sowas noch erleben darf mit 77. Es sind manchmal so, so viele Fans, die da sind. Das berührt mich jedes Mal neu, das muss ich ja sagen. Und ich habe einen großen Respekt vor meinem Beruf und nehme es auch ernst. Bye, bye. Also vor jedem Auftritt, das war, wo ich 14 war, das ist jetzt heute noch so, immer so eine Minute davor, ach, zwei Minuten, da versuche ich immer ein bisschen in mich so reinzugehen. Und versuche, die Texte nochmal durchzugehen, aber das ist sehr schwierig, weil ich weiß, plötzlich hat man einen Aussetzer und dann weiß man nicht mehr, wie es weitergeht. Und ich höre die Leute, die schon Gas geben und irgendwann denke ich mir und sage, ach, ist doch auch egal, dann versinkst du dich halt, es ist halt live. Das ist das Leben so, man kann nicht immer perfekt sein. Ja. Es ist um 7. Jahr her, da fehlt alles ein Ball an. Egal, ob 10 Leute da sind oder 100.000, es ist immer das Gleiche. Ich habe Respekt vor dem Publikum und ich weiß, man kann Fehler machen. Aber irgendwie, wenn ich dann so eine Minute, zwei Minuten merke ich, wow, da geht es so ab, dann wird man getragen. Und dass wir heute wieder hier sind, das verdanken wir nur und ich sage, 40 Jahre die Flipper ist. Bye, bye liebe Freunde, tschüss. Stuttgart, Olaf der Flipper. Was für eine Show. Jetzt muss ich erstmal runterkommen. Jetzt muss ich runterkommen erstmal so. Klasse, ja. Das ganze Leben ist eine Wundertüte. Denn was drin ist, weißt du nicht. Darum es spielst, ist das ganze Leben. So, ja hier ist so ein kleiner Raum, das ist so mein Studio, das habe ich hier so eingerichtet. Habe so ein paar Gitarren stehen und jede Gitarre hatte so eine Geschichte. Ja, ich habe so, da war ich so 15, ja 15, 16, da habe ich ein Fenster geputzt, so in den Ferien Fenster geputzt. Und von dem Geld habe ich mir dann meine erste, also richtig tolle Gitarre und das war natürlich eine Stratocaster. Das war ein Türöffner, die Gitarre, dass ich eine Fenner-Gitarre, also aktuelle, amtliche Gitarre, hatte unten Verstärker. In Pforzheim gab es einen Jugendfilmclub, Jugendsohn, da wurden alle zwei Wochen, hat 2,80 Meter gekostet, was weiß ich, und wurden immer schöne Filme, Dokumentationen und so weiter gezeigt. Und da zufällig war ein Film vom Newport Jazz Festival. Und plötzlich kommt ein junger Musiker auf die Bühne und singt, Und ich denke, wow, was ist denn das? Das gefällt mir ja. Und das hat mich bis heute geprägt. Das war, glaube ich, meine erste Musik, die ich gehört habe. Das war 1960, 62. Und ja, das war meine erste Gitarrennummer, die ich so gespielt habe. Und dann hatte ich das Glück, mit Freunden in Pforzheim eine kleine Band zu gründen, Wir hießen die Starfighters und haben dann die Musik gespielt im Haus der Jugend, die die Leute hören wollten. Und bei uns war immer voll. Und dann irgendwann natürlich die Dancing Show Band. Und wir waren dann 1969 mit dem berühmten Lied Weine nicht, kleine Eva. Ja, und dann hießen wir die Flippers. Ja, Freunde, es ist soweit. Der Schlager des Monats Oktober steht fest. Deutlich an der Spitze in der Schlagerskala. Weine nicht, kleine Eva. Von und mit den Flippers. Und dann kam das ZDF. Das war damals noch in Wiesbaden. So, und dann haben wir da gesungen und dann sagte der damals, das war, ach, Biolek. Der war damals der Redakteur. Der sagte, ach, ist ja der Wahnsinn. Flippers, die müssen zwei Wochen später wieder in die Sendung. Und dann haben wir nochmal gesungen und so ging das dann los. Hat ich dich gesehen, da war mir schon klar. Schalala, I need you. Schalala, I love you. Ja, ich bin heute Morgen früh aufgestanden um 6 Uhr. Oh, es war sehr früh. Ich bin aber früh ins Bett. Und wir fliegen jetzt natürlich nach Mallorca. Und heute Abend dann so 20, 30, 21 Uhr ist der Auftritt im Megapark. Da warten die Fans schon. Ich freue mich drauf. Ihnen schön genug, gell? Dankeschön. Die Flippers, wir sind schon aufgetreten 1987, also im letzten Jahrtausend. Da waren wir schon auf Mallorca. Das war richtig klasse. Aber dann weniger so. Da haben wir natürlich viel in Deutschland gemacht. Und seit letztes Jahr irgendwie haben sie entdeckt, wir sagen Dankeschön. Und das geht ja ab jetzt. Das ist der Wahnsinn. Im Prinzip könnte ich jeden Tag das spielen. Aber so viel Zeit habe ich ja nicht. Also hier ging es so los, das war noch nach meiner Bundeswehrzeit. Wir hießen damals noch Dancing Show Band. So, und das haben wir dann 1968 war das. Das war die erste, Gott, die Langspielplatte. 1970. Ich bin der hier, da mit den kurzen Haaren. Hat man noch gesehen, dass sie bei der Bundeswehr waren. Und hier natürlich von unserem Freund Dieter Thomas Heck, die goldene Stimmgabel. Ich glaube, wir sind da, wir haben die meisten 13 oder 14. Ich glaube, die Nicole hat auch so 12. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist eine tolle Auszeichnung, die wir bekommen haben. Da sind wir sehr stolz drauf. Ach so, und das natürlich, das war dann die rote Sonne von Barbadas, wo es dann losging. Und damals der Plattenchef von der Belafone, Branco Giovano, sagt er da, Flippers sind schon etwas älter. 40 Jahre war ich da gerade. Da muss man kein Bild von Flippers machen, muss ein Bild von Barbados. So, und dann hatten wir auch natürlich zwei Echos bekommen. Das war auch sehr, sehr schön für uns. Das gab es von unserer Firma damals, von der Areola. 40 Jahre, die Flippers, 40 Millionen. Leider ist unser Manfred nicht mehr unter uns. Aber ich begrüße ihn jeden Tag, wenn ich ins Studio gehe. Mein Manfred und mein Bernd. Wir haben ja in unserer Laufbahn über 60 Mal Gold und Platin, also als Schaltplatten, als CDs und so weiter bekommen. Das ist schon eine Menge. Und das hat natürlich der Bernd auch zu Hause bei sich. Aber das stellt man natürlich nicht alles aus. Das haben wir natürlich irgendwo anders. Auch der Manfred oder die Witwe von Manfred hat das natürlich auch. Das ist nur ein kleiner Teil. Aber ich, wenn ich so hier durchlaufe, laufe in mein Studio, dann denke ich, Mensch, schau mal. Und dann schaue ich das an, was man so erreicht hat in seinem Leben. Ja, ich bin in Magdeburg geboren, 1946. Wie sagt man, Magdeburger Elbräuber? So, wir sind dann, ich war zwölf, sind wir dann übergesiedelt. Da gab es Notaufnahmelager, das hieß es. So war ich in zwei, drei waren wir drin. Ende 59, Anfang 60 waren wir dann schon in Pforzheim. Haben dann noch eine Wohnung zugewiesen bekommen und so weiter. Meine Mutter hat dann ein Forsörgeschäft in Karlsruhe wieder begonnen. Waren wieder Schulden da. Und ja, aber ich habe die Zeit, ach, ich war zwölf, so, das hat man gar nicht so mitbekommen. Das ganze Leben ist eine Wunderttüte. Wenn du niemals was riskierst, wirst du sehen, dass das passiert ist, was passiert ist. Ich habe ja Werkzeugmacher gelernt in Pforzheim. Und das war so, zwei Jahre war ich auf der Schule. Und nach zwei Jahren ist man dann zur Beendigung der Lehre in einen Handwerksbetrieb gegangen, noch mal anderthalb Jahre. Und man hat ja immer ein Berichtsheft hier führen müssen. Und das ist so hochinteressant. Also Normschrift habe ich da natürlich hier gehabt. Und hier zum Beispiel, ganz toll zum Beispiel, habe ich einen Hammer gefeilt, gefeilt. Oh, da hatte ich halt Schwielen an den Händen. Und das Schöne ist, diesen Hammer habe ich hier. Das ist immer noch das Original. Und man kann da natürlich sehen, da steht Malolewski, also mein Name, der Hammer. Also den halte ich in Ehren. Und der funktioniert, hat 300 Gramm. Und jeder Nagel geht natürlich rein. Und das habe ich alles dokumentiert hier in dem Berichtsheft. Also da war ich auch sehr stolz. Ich kann mich sehr gut erinnern, das war in Frankfurt in einer Schule. Ich glaube, Gymnasium war es. Mich würde interessieren, was Sie mit Ihrer Musik erreichen wollen. Das ist unser Beruf. Wir machen diese Musik aus Freude, klar. Und anderen Leuten, denen wir ebenfalls damit eine Freude bereiten. So ist das Dufte, ja. Man hat zu mir gesagt, ey Olaf, du musst jetzt antworten, du sprichst Hochdeutsch. So, na gut. Also wenn ich das jetzt so sehe, dann denke ich, oh Gott, das würde ich mich auch anders ausdrücken. Es war ein bisschen aufgesetzt, wie ich gesprochen habe. Ja, mich würde interessieren, stehen Sie hinter dieser Musik oder gibt es eine Musikrichtung, die Sie lieber machen würden? Wir machen auch Titel, für das Fernsehen, wo wir auch Titel von Deep Purple spielen und so weiter. Aber mit dieser Musik, die Sie eben gehört haben, diese steht uns am besten, sagen wir, und die gefällt uns. Meine Meinung ist ja so, im Prinzip ist alles Schlager. Es gibt ja Leute, die sagen, nee, das ist Pop, ich bin Popsängerin oder Sänger und so weiter. Ich sage immer, der Schlager ist die populärste Musik weltweit. Wenn ich zum Beispiel Stevie Wonder höre, I just call to say I love you. Na ja, das ist ja ganz klar. Ich rufe an und sage, ich liebe dich. Bon Jovi, Bed of Roses. Eine wunderbare Schnulze, kann man sich gar nicht vorstellen. So ein wunderschöner Schlager. So im letzten Jahr ist das so explodiert hier in Mallorca und der Heat, wir sagen Dankeschön, hat sich auch durch die DJs hier an der Playa, also in diesen ganzen Lokalen hier ist der losgegangen. Also da ist er explodiert und im letzten Jahr war ich dann hier und habe zum ersten Mal gespielt. Die haben mich irgendwie getestet, ob das funktioniert. Und dann ist durch die Decke gegangen. Es war einfach herausragend, ja. Und ich habe so circa 15 Termine im letzten Jahr gespielt. Ich kann gar nicht mehr machen, weil der Terminkalender ist zu. Das ist doch der Wahnsinn, in die Erbe der Flippers tritt ich ja im Prinzip an. Ich singe ja die Lieder der Flippers, die Lotusblume, Barbados und alles und Mona Lisa und alle singen mit und das berührt einen schon. Da denke ich, Mensch, du hast ja im Leben nicht alles falsch gemacht oder wir, die Flippers. Du bist schön wie Mona Lisa Drei Millionen Platten verkauften sie schon im ersten Flippersjahr. Dem deutschen Schlager sind sie dann immer treu geblieben, auch in den Zeiten, als ihre Scheiben in den Regalen der Geschäfte verstaubten, sie ihre Kohle als Stimmungskanonen in Festzelten verdienten und die Band zum Trio schrumpfte. Da hat es an allem gefehlt. Wir haben schöne Lieder gehabt, aber so der Durchbruch war nicht da. Und dann muss man sagen, die Zelle der Fiedparade, die hat damals mit Dieter Thomas Heck nur Einzelkünstler geholfen. Da waren keine Gruppen drin. Also wir hatten diese Kontakte nicht. Vielleicht hatten wir auch die richtigen Lieder nicht. Wir haben gesucht, wir haben gesucht. Wir haben ja alles gespielt, aber woran es liegt, weiß nicht. niemand. Ich habe Tennisunterricht gemacht. Das hat geholfen, dass wir einfach die Schulden von dem Haus, was wir 74 selber gebaut haben. Ich habe ja sehr viel selber gemacht in dem Haus, aber die Schulden waren da. Und dann sind wir mit weniger ausgekommen. Sagen wir mal so, wir hatten die Kohle nicht. Ich habe ein Auto gefahren, das war in Bremen eine Schrottbeule. Das Einzige, was funktioniert hat, die Technik. Aber das war, denke ich, da haben die Leute, was hat denn der für ein Auto? Und dann kam der Svenja, 74, als wir da eingezogen sind, auch noch zur Welt. Ja, der musste sich ja warm haben. Ich dachte, mit der Musik, das wird nichts mehr. Es hat auch keinen Spaß mehr gemacht. Die Hallen waren jetzt nicht mehr so voll. Wir haben zwar immer eine Schallplatte gemacht, aber es war, auch meine Kollegen haben ja eben einen anderen berufen und so. Und dann habe ich 1983 in München meinen staatlichen Tennislehrer mit Abschluss, ich bin Sportlehrer und habe dann in Wolfsberg die erste Herren- und Damenmannschaft bekommen und war hier im Bezirk 2, so hieß das in Baden-Württemberg, Fördergruppentrainer für die talentierten Jugendlichen. Und man hat mir super Angebote gemacht, mit talentierten Jugendlichen durch die Welt zu fahren, ja, so und einfach auf Turniere und so weiter. Aber ich bin so ein bisschen verbunden der Religion und da sagte ich auch, Mensch, wenn du dann so wegfährst und so, hier hörst du deine Familie und so und dann hier Bretten natürlich der Tennisclub und Pforzheim, ach, das wollte ich denn doch nicht machen. Ja, ach Gott. Ja, ja. Der Hubert Huck, mit dem ich hier gerade Tennis spiele, das ist einer meiner ältesten, besten Freunde. Ich glaube, das ist der dienstälteste Sportwart weltweit. Ich glaube, der ist über 50 Jahre hier, ist ein sehr, sehr guter Freund. Ach, Olaf. Siegen ist immer schöner als verlieren, hat man bei ihm ab und zu auch gemerkt. Aber ansonsten, ich habe also schon gemerkt, dass da irgendwo das nicht mehr so lief und ich kenne allerdings den Olaf gut genug. Er hat dann das fest in die Hand genommen und hat einfach gesagt, ich mache was anderes oder ich versuche mal einen anderen Weg, um die Zeit zu überbrücken. Und das hat auch meiner Ansicht nach sehr gut geklappt. Er hat dann ja seine Trainerausbildung gemacht und war ein sehr guter Trainer. Das muss ich also sagen. Hat sehr viel Erfolg gehabt, auch bei den Tennisschülern und auch mit akribischer Arbeit da sehr viele relativ weit gebracht. Also da muss ich ja fast weinen, Hubert, wie schön, wie du das gesagt hast. Also ich bin ja begeistert. Und dann kam das entscheidende Jahr 1986 und ich erinnere mich noch ganz genau. Ich wollte dir ins Paradies, ein Märchenland, das Baradoss sieht. Die rote Sonne von Baradoss für dich und mich scheint sie immer noch mit den Wolken nach Süden ziehen und ich erinnere mich noch ganz genau. Mensch, hallo, Uwe. Uwe, komm, lass dich mal an. Wir haben lange nicht gesehen, gell. So eine Wunderung. Siehst gut aus. Du auch. Das ist mein Freund Uwe Busser. Und wir haben beide gemeinsam, also natürlich nicht nur wir beide, sondern mit den Flippers, das, glaube ich, ab 1985 zusammengearbeitet. Ich würde mal sagen, Liebe auf den ersten Blick, wir haben einfach gesagt, das muss funktionieren und es hat gnadenlos gut funktioniert. Zurzeit in den Deutschen verkauft Schatz auf Platz 14 und bei uns, Olaf, du bekommst ihn, aber er gehört euch allen auf Platz 1. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, die rote Sonne von Baradoss hatte ja auch eine Vorgeschichte. Das heißt eigentlich, ich weiß noch damals, wie ich in die Plattenfirma fuhr. Ach, stimmt, ja, richtig. Mit einer Kassette, so einer MC und ja, der Chef der Firma damals in Frankfurt hat sich das Lied angehört und hat gesagt, hey, dieser Song ist genial, den nehmt ihr mit einer tollen Band auf, die wir unter Vertrag haben, nämlich Fernando Express. Das ist korrekt, ja, ja. War das eine rivalisierende Band eigentlich damals? Nein, nicht Riva, aber das war eine andere Band aus unserer Nachbarschaft. Aus Gondelsheim, wir spreadten Knittlingen, das waren so 5 Kilometer Unterschied. Und die haben, wie wir, auch Tanzmusik gemacht. Und die haben ein Problem gehabt. Der Sänger, der ist irgendwie untergetaucht. Keiner wusste, warum, weshalb, wieso. Und dann sagt er, Branco Tivano, wie es so hieß, er sagt, dann musst du singen. Ja, und man muss sagen, der Chef von Fernando Express, der Josef Eisenhut, den habe ich noch ein paar Mal getroffen im Nachhinein. Der war immer, sagte, Uwe, warum hat das Schicksal es so gewollt, warum haben wir das Lied nicht aufgenommen? Aber dann hätte es vielleicht gar nicht funktioniert. Wir wissen es nicht. Ja. Olaf Malolebski, Bernd Hengst und Manfred Durban, die Flippers. Seit 23 Jahren Ohrwurmproduzenten, derzeitiger Status, erfolgreichste Schlagergruppe Deutschlands. Und als Blume hab ich dich genannt, als die rote Sonne im Jahrhundert sank. Hey, Moskau im Regen, trennt im Gesicht. Lena, da geb ich dir den ersten Kuss. Und im Licht der Sterne, da sagen wir beide noch lang nicht adieu. Bumm, 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 Benge, Bumm, 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 Bumm. Ich hab ein Herz aus Schokolade. Das ganze Leben ist eine Wundertüte. Denn was drin ist, weißt du nicht, darum nimm es wie es ist. Das ganze Leben ist eine Wundertüte. Es war eine berauschende Zeit, muss man sagen. Und für mich als jungen Musiker, ich war damals Anfang 20, es gibt noch so alte Fotos, wo ich immer denke, die Künstler sahen immer so ein bisschen erholt und braungebrannt aus. Und ich war bleich wie eine Wand, weil klar, wenn du im Studio sitzt und 24 Stunden am Tag programmierst, machst, tust, siehst du wenig Sonne. Aber es war so ein berauschendes Gefühl, diesen Erfolg zu haben. Ich kann mich erinnern, bei uns gab es ein Volksfest, da kam so eine Kapelle, eine Blaskapelle auf einem Wagen durchs Dorf und die spielten. Das war also berauschend, diese Melodie, die man kreiert hat, plötzlich auf allen Festen und überall zu hören. Das ganze Leben ist eine Wundertüte. Ein Tenniskamerad hat mir das, mit dem ich in einer Mannschaft gespielt habe, im TC Wolfsberg, der hat eine kleine Schmuckfabrik vom Feinsten und der sagt, Mensch Olaf, du hast dich so engagiert für den Sport, für den Tennissport, du hast mitgearbeitet, hast gespielt, bist tausende Kilometer gefahren für uns und das ist ein Geschenk zum 50. Geburtstag, einen vergoldeten Delfin. Also der ist jetzt nicht Pyrus Gold, da würde ich ja so runterfallen immer. Also leicht vergoldet und das ist ein Talisman, den habe ich immer an. Man muss etwas zurückgeben. Ich habe so viel Glück im Leben gehabt und habe eine tolle Familie, gesunde Kinder und ich mache das gerne und solange ich gesund bin, mache ich das. Ja, wir sind in Main-Sonntheim, das ist ein Eagles-Golf-Turnier und es ist ein tolles Wetter, also vier Grad, glaube ich, plus haben wir. Also ich bin warm angezogen, aber die Hände sind kalt. Wir sind hier in Charity-Golf-Club und da wird immer sehr viel Geld gespendet, die für die Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, wird das gespendet. Und da sind wir natürlich die Eagles dabei und die Freunde der Eagles und das macht natürlich sehr viel Spaß. Wir haben jetzt genau das 30-jährige Jubiläum, 30 Jahre und ich glaube, ich habe gestern gehört, es wurden über 40 Millionen Euro für die gute Sache in dieser Zeit eingenommen. Das ist absolute Weltklasse. Das bin ich ja. Das ist aber ein ganz tolles Jugendfoto. Okay. Ich weiß, glaube ich, noch was das erste Mal, wo er dann bei uns dabei war, und dann sagst du Servus und dann meinst du, du kennst dich schon seit Jahren und bist gleich irgendwo umarmt. Alles Weltklasse, ja? Alles Weltklasse. Das ist eine Eigenschaft, die nur die ganz Großen haben. Das habe ich schon oft erlebt. Da könnt ihr den Uwe Seeler, den Fritz Walter, da könnt ihr den Max Schmeling, ich gehe jetzt mal in meine Zeit, oder den Franz Beckenbauer nehmen. Das sind alles solche, die sind immer geerdet geblieben und wissen von der Basis und nehmen sich nicht selber zu wichtig. Olaf! Er ist völlig unprätentiös und jemand, der eine große Nähe hat, der immer für die Leute da ist, der immer ein Ohr hat und der vor allen Dingen auch immer noch einen kleinen Spaß auf den Lippen hat. Also ein sehr, sehr nahbarer Mensch, trotz seiner ganzen Prominenz, die er hat. Er lobt alle anderen mehr als sich selbst. Ja, 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 ja. Ja, super! Wir verdrangen uns einfach und das passt. Wir finden uns sympathisch. Das ist eine gute Geschichte. Also, sag mal, ihr drei habt wirklich alles erreicht. Wovon träumt ihr noch? Ja, Florian, wir drei, wir haben 40 Jahre lang einen Traum gelebt. Florian, wir haben heute ein Statement abzugeben. Und zwar, wir haben es lange überlegt, haben es uns nicht gleich gemacht. Aber heute Abend möchten wir bekannt geben, dass unsere nächste Tournee unsere Abschiedstournee ist. Naja, also unser Abschieds, es ist so, wir haben etliche Gläser Wein getrunken. Es ging monatelang in die Diskussion. Da hat der Bernd angesagt, naja, er wird sich mit seinen Enkelkindern und so beschäftigen. Er hatte zwei süße Enkelkinder und so weiter. Der Manfred sagte, ich werde Route 66, Motorrad mit Freunden und so weiter. Leider kam es ja nicht mehr so dazu. Und ich habe gesagt, ich weiß auch nicht so, aber ich werde Musik immer in meinem Leben machen. Musik ist mein Leben. Und ja, aber so keiner wusste so richtig. Also ich wusste nicht, wie es weitergeht. Herzlich Willkommen. Danke. Dr. Bionek. Hallo. Wunderbar. Hallo. Hallo. Das ist aber eine Überraschung. Meine Damen und Herren, 16 Top 10 Alben. Über 40 Millionen verkaufte Tonträger, 56 Gold- und Platin-Auszeichnungen, über 1000 aufgenommene Titel. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Natürlich beim Florian eine Weltklasse-Sendung. Und da waren viele Künstler, die wirklich Anteil nahmen. Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Es war wirklich schön. Ihr bleibt für immer in unseren Herzen, auch wenn wir morgen auf neuen Wegen gehen. Doch unsere Lieder werden euch begleiten. Wir sagen Danke und auf vieles hin. Natürlich war es für mich schmerzlich, als die Band sich getrennt hat. Also, weil es ist, diese drei, das war auch ein großer Teil meines Lebens. Nicht nur meines musikalischen Lebens, sondern, ich sag mal, wir waren uns so nah. Und das sind wir natürlich immer noch. Und ich weiß, als Manfred verstorben ist, war das für mich auch einer meiner tiefsten Punkte meines Lebens. Also, ich war so traurig darüber. Und man kennt es von internationalen großen Bands. Wenn Bands sich trennen, ist manchmal der Mythos auch weg. Und ich habe schon beobachtet, habe gedacht, hey, wie wird es weitergehen? Ja, und dann sitze ich da, habe mal so zu Hause mit meiner lieben Frau Kaffee getrunken. Und dann sage ich, du, sagen ja, was machen wir denn? Und da sagte meine Frau, weißt du, du bist Musiker. Du gehörst auf die Bühne. Du sagst, wo es hingeht und ich packe die Koffer. Da habe ich Tränen in den Augen gehabt. Und deswegen bin ich jetzt ja noch auf der Bühne. Den kann man nicht bremsen. Der ist einfach immer agil, immer in, wie sagt man da, immer 85. Nee, es war mir schon klar, dass er irgendwas machen möchte. Tausend rote Rosen für deine Liebe. Tausend rote Rosen für unser Glück. Tausend rote Rosen für jedes Lächeln. Und das Strahlen in deinem Blick. Das erste Album kam gleich, 2011 im Spätehaus, tausend rote Rosen, hat der Joschi geschrieben. Der Joschi Dignier hat sofort Gold gemacht. Das ist sensationell. Es ging genauso weiter. Dann wurde es natürlich etwas ruhiger. Ich konnte natürlich in den gleichen nachreden, wie die Flippers waren, nicht spielen. Man musste natürlich, viele haben gemeint, oh, der macht genauso weiter. Ich war auf Tourneen dabei, kleinere Tourneen, größere. Ich habe auch gespielt, wo bloß 50 Leute kamen. Ich habe auch gespielt, wo 2000 waren. Und ich habe es aber nie bereut. Ich war heute Nacht bei den Läden, Mutter Lisa, so wunderschön. Das ist die Melanie. Die habe ich zum ersten Mal mit ihrer Mutter zusammen in Oberhausen gesehen. Die war ganz vielleicht zwölf, 13. Und hat mit großen, strahlenden Augen uns angeschaut. Ja, und seitdem kommt sie regelmäßig, über 40 Jahre schon. Mit den Flippers hat es ja alles angefangen bei uns. Ohne die Flippers würde es den Olaf ja nicht geben. Und wir waren natürlich mega traurig, als die Flippers dann ihr Ende verkündet haben. Und umso glücklicher, dass der Olaf weitermacht. Das ist mein Olaf-Tattoo. Ich habe mir aus meinem Lieblingslied, die Rote Sonne von Barbados, eine Textzeile ausgesucht. Und habe den Olaf gebeten, mir die aufzuschreiben. Und der Tätowierer meines Vertrauens hat es mir dann unter die Haut gemacht. Eigentlich war schon immer der Olaf der Favorit. Ja, der Olaf hat einfach eine sehr lockere Art. Der ist mega nett zu den Fans. Und man unterhält sich gerne mit ihm. Er hat immer irgendwas zu erzählen und man hört ihm einfach gerne zu. Und dann kam die Pandemie. Dann wurde ja alles in Deutschland ein bisschen runtergefahren. Und so weiter. Und dann haben wir auch überlegt, was machen wir jetzt? Ich glaube, jetzt hören wir auf. Und dann, wie die Jungfrau zum Kind, muss man ja sagen, Sagt meine Tochter, Du Papa, wir spielen da oben an der Nordsee. Da kommen Fangruppen, die wollen Dankeschön hören. Da habe ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Mensch, das haben wir zu einem 40-Jahren Jubiläum gespielt, vor 10 Jahren und so. Und dann komme ich da hoch. Ich habe sowas noch gar nicht erlebt. Schon in der Ortschaft, wenn ich gelaufen bin, die Jugendgruppen, die singen, Wir sagen Dankeschön. Und ich denke, wow. Dann gehe ich abends auf die Bühne, gefühlt tausendmal habe ich es gesungen. Es war großartig. Danke schön, 40 Jahre die Flippers. Ich habe sowas auch zu Flippers-Zeit noch nicht erlebt. Ich habe das mit einem DJ Jerome im letzten Jahr aufgenommen. Und das Lied ist gar nicht mehr wegzutippen. Das wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch die ihr fest. Flippers, 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 yeah! Ich freue mich riesig drüber, dass das so funktioniert. Und wir telefonieren sehr oft. Manchmal ruft er mich von der WX an, wenn er am Nürburgring und hält das Handy in die Menge, sagt, guck mal, hier sind 70.000 Leute. Und ich denke, wow, das ist großartig. Dann sage ich, oh, wir schauen mal hin, guck mal. Die Leute brauchen Musik. Geh mal in den Keller und schreib was. Ja, auch. Aber sie singen auch dort dann, das beeindruckt mich auch, sie singen dann das, was man vor 25 Jahren, 30 Jahren erfunden hat. Oh, wow, yeah! Ohne Olaf, ohne Howard Carpendale, ohne Roland Kaiser, ohne diese Großen der Szene wird es ja mich gar nicht geben, wird es einen Micky Krause gar nicht geben, wird es das alles hier nicht geben. Deswegen ist er für mich der größte Gewinn in dieser Saison, Olaf der Flipper. Ohne Olaf, ohne Howard Carpendale, ohne die Hände, ohne die Hände, ohne die Hände. Olaf, der Flipper! Wir sagen Dankeschön, den haben die vor Jahrzehnten hier bei uns in der Show mal gesungen, zu ihrem 40-jährigen Jubiläum und plötzlich geht das Ding durch die Decke. Heute steht der mit 77 auf sämtlichen großen Bühnen. Als Flippers waren die schon unterwegs, haben in Hallen gespielt, davon haben wir nur geträumt. Und dann er jetzt alleine, also das ist, und das Schöne an dieser ganzen Geschichte, dass er es Weißgott verdient hat. Allein, der ein Vogel im Wind, wird mir heute nach einem Fuß ungebringt. Wir sagen Dankeschön, der wird sich ehrlich bewandt. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, wie in den Felsen? Und meine Eltern kannten ihn auch und dann dachte ich mir, richtig cool einfach. Jetzt, letztes Jahr sind jetzt seine Songs so ein bisschen gehypt geworden und ich finde es einfach mega, auch, dass er noch mit seinem Alter hier so steht. Also, ich finde es mega. Gute Laune, das ist einfach gute Launemusik. Es ist ja mega cool, ich freue mich so. Weil er einfach eine Legende ist und bei seinen Liedern hat er Spaß. Das war 1969, das saßt du, oder? Da habt ihr aber komische Versionen gehabt. Man zieht die Kraft aus der kleinsten Zelle der Demokratie, das ist die Familie. Und die belügen einen nie, nie. Enkelkinder, meine Frau, Schwiegertochter, mein Sohn, meine Tochter, die sagen, Papa, so, die meinen es immer gut. Das ist das Wichtigste. Also, am Samstag, hier, bei Weide, Olaf und Bier. In der Meines Frühjahrs erwähnt das so voll. Samstag, Termin, nächstes Jahr geht's schon wieder. Ruhig, was mach ich dann, wenn's ruhig ist? Man hat natürlich viele Ideen, musikalische, ich hab also tolle Sachen, wo ich jetzt wieder sammelt habe. Viele Autoren schicken mir natürlich Lieder. Und ich lass mich mal überraschen. Also eins weiß ich, Musik werde ich weitermachen, das weiß ich auch schon. Man muss immer schauen, fühlt man sich gut, macht die Stimme noch mit. Ich mein, eins weiß ich genau. Ich werde nicht auf die Bühne gehen und die Leute sagen, es kommt der schon wieder. Das wird nicht der Fall sein. Ich merke es, glaube ich, vorher. Aber jetzt lassen wir noch mal ein bisschen. Ich werde nicht auf die Bühne gehen, aber ich werde nicht auf die Bühne gehen. 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 Ich werde nicht auf die Bühne gehen.